ich grüße euch leute und herzlich willkommen zur neuen ausgabe von unserem co-op let's play zu a way out mit dem lieben mirko von mirkos kosmos einen wunderschönen wünsche ich euch ich habe bock auf a way out wie sieht es bei dir aus richtig weil das ding ist nämlich der mirko und ich wir haben das jetzt eine weile nicht mehr gespielt ich glaube fast eine woche jetzt mirko ja das kommt glaube ich ziemlich genau hin ja 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 das ist ja ihr kennt das ja es wurde mal vor produziert und dann wird das dann halt ausgestrahlt und jetzt ist es einfach mal wieder soweit mirko und ich brauchen futter und habe auch beide bock zu wissen wie es weitergeht ja mich hat das ja in den fingern geduckt ich war ganz kurz davor noch mal irgendwie selber so ein spiel noch mal von vorne anzufangen habe aber gedacht nein das kannst du dem christian nicht antun das kannst du nicht antun nee nee aber ich war oder bin echt heiß bin echt mal gespannt ja wir waren nämlich an der stelle mirko wo ich habe diesen lio gespielt ja ist der lio oder leon lio ich glaube lio ja wir sind doch jetzt bei diesem trailer park und sind doch bei meiner ische ah ja stimmt jetzt wo ich das bild hier sehe da fällt mir die schuppen aus den haaren genau wie dein sohn ist irgendwie weggerannt in den trailer rein ja 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 genau und du musst jetzt hinterher die wogen glätten glaube ich ne ich würde sagen wir fangen einfach mal an mirko ja ich drücke mal x hier let's fans so ich bin wieder vincent moredi ja lio isa genau lio caruso so und an der stelle auch mal danke an alle die das let's play gucken kommt ja echt gut an bei euch also hätte ich selber nicht so gedacht muss ich auch sagen also für let's plays auf meinem kanal sind die aufrufzahlen wirklich sehr anständig ja ja bei mir auch bei mir aus ist sehr aquickend und ich muss auch sagen ich gucke die teile auch selber immer noch gerne nachdem ich auch schon ein paar mal ordentlich beömmelt hier oh mein god ich habe auch letzt der chef m podcast gehört da haben die kollegen auch über way out gesprochen gott sei dank ohne große spoiler und dann ist ja gut die beiden haben auch gesagt das ist für sie so mit eines der besten spiele dieses dieses jahr so gespielt haben so ich soll mit alex reden ist alex meine frau oder der sohn das der sohn glaube ich das ist doch der der lutsche bub der da in den trailer reingeprescht ist trotzdem immer voll plägen ich gucke mich mal so ein bisschen um ob man hier vielleicht noch so ein schönes gesellschaftsspielchen finden ja was kann ich denn hier machen guck mal an kann ich jetzt hier kippe rauchen und bier trinken ich mache mal party hier du machst hier die business und ich lasse mir das gut gehen ach gönn dir mirko chill doch erstmal ein bisschen du musst doch abaschen ich habe schon lang nicht mehr geraucht deswegen also jetzt gehe ich jetzt gehe ich ja mal zu dem bengel und zieh dir jetzt erstmal die löffel lang dass er mal ordentlich mit seinem fahrer umzugehen hat nämlich den gameboy weg das hat bei mir immer gewohnt er wundergewirkt alter kann ich hier viel machen ach hier gucke ich mir mal so bild an der sonst links neben dir oder rechts neben mir ist auch das original glaube ich also das kind auch süß meine tochter meint auch solche bilder also noch nicht so gut aber ja ich habe auch von meinem paten kind jetzt am kühlschrank ja schon so wichtig ja ja hier ist warm drin mirko ja mach mal den ding das geht gar nicht da muss von hinten lüften ist auch ganz wichtig der rücken damit dann die nass wird du kennst das ja 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 das gibt sonst so eklige schweißflecken ja ja so bagel läuft bei euch würde ich sagen soll ich mal den kleinen abfangen hier draußen ich kann ja meine kippe aus nee ich wollte ihm eine anbieten eigentlich aber er ist die packung da liegen ist jetzt geht er stiften tatsache irgendwo durch den zaun wo ist denn der lang hierdurch durch im marschendrahtsaun bin ich da jetzt hier richtig nicht hier komme ich nicht weiter ich weiß es nicht kann ich warte mal bleibt mal an dem fenster stehen wo er raus ist dass ich nur mal eine grobe orientierung habe hier so bei dem trailer da müsste ich ja deine fresse gleich sehen warte mal eben ich kann leider nicht winken ja doch jetzt jetzt sehe ich dich ja alles klar das heißt er muss hierhin verschwunden sein aber ich komme hier nicht weiter hast du gerade gesagt da kann ich deine fresse sehen mal dein wunderschönes gottgleiches gesicht ich habe was gesehen scheiß auf den bengel darts spielen darts spielen ich will mitmachen ich gehe mal zur seite wie ziehe ich denn aber warte mal jetzt müssen wir hier so machen die gehen doch immer so richtig ab wenn die die punkte sagen durfte ne 180 oder wie war das ich habe vier sehe ich gerade ach so warte 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 die zahl war nicht ganz richtig warte mal 180 das ist da ungefähr ne ich gebe mal ein bisschen mehr gas dass ich das jetzt hier nicht zu sehr jetzt 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 gib mal her wie wie waren denn die regeln noch normal geht das von 500 punkten runter wie ziel ich denn du hast ein fadenkreuz auf der scheibe das kann ich aber wir haben den falschen job wir haben den falschen job mürko aber definitiv so aber jetzt jetzt hauptsache der bengel ist weg ne ach das scheiß auf den bengel der kommt auch wieder der hat doch sein ganzes spielzeug da gelassen ich wäre damals nie ohne mein spielzeug geflüchtet ich will doch in dieses kleine felder treffen kann man hier zoomen ach guck mal man kann zoomen wir sind ja so behindert das ist sogar die ganz klassische shooter steuerung hier guck mal 60 und wenn man das dreimal schafft dann ist es 100 jetzt müssen wir doch mal etwas ausprobieren du bist im weg kannst nicht werfen schade ich dachte man kann dir so ein bisschen die sm nummer spielen aber da sucht er jetzt ja aber dann wird es auch fickeriger mit dann wird das steuerkreuz unruhiger oder kam mir das nur so vor jetzt habe ich die zahl vergessen ich muss mich konzentrieren vergiss es ich meine konzentriere meine stimme macht das nicht mehr lange mit kommen eine runde noch raus eine runde noch oder müssen spiel man das zu ende auf 500 punkte ich kenne mich mit den regeln nicht so genau aus na 500 ist das 501 nicht 501 aber dann geht es eigentlich von 501 rückwärts und hier wird irgendwie addiert ich guck da hat immer wenn ich bier trinke hat deswegen kennst du die regeln ist es erst mal da hat man da hat man eigentlich auch was weiß ich in nintendo land oder so was spielen können eigentlich schon ja du hast auf jeden fall gewonnen ich will oma bullseye machen wenn du bullseye machst dann dann ja weiß ich auch nicht dann hast du bullseye gemacht das ist Bullseye ist 50, ne? Almost there. Oh, fuck. Nein! Nicht schlecht, Herr Speich. Wollen wir jetzt mal wegen dem Bengel gucken? Ja, ich glaube, wir müssen, oder? Das war ätzend, aber... Aber ich kann dir... Scheiß Kindererziehung, ey. Warum kam ich denn hier nicht durch? Weil du nicht der Papa bist. Ach so, okay, dann kann ich ja anscheinend nichts machen. Ich spiele dir nur eine Runde Dart. Das muss ich ihm unbedingt erzählen. Jetzt macht er die Leiter hoch. Sag ihm, er soll hierher kommen. Hier ist eine Dartscheibe und Kippen. Und Bier. Und Bier, genau. Wird ein schöner Abend. Ich habe ein Bullseye. Wo? Warum? Wollen wir nicht runter und helfen mir, es zu schützen? Nein? Okay. Ah, verga. Das Schild ist kaputt. Oh, jetzt muss Daddy zeigen, was er handwerklich drauf hat, wa? Oh mein Gott. Okay. Das Schild reparieren. Es hat sich übrigens ein Zuschauer bei mir in den Kommentaren gemeldet, der einen guten Tipp gegeben hat. Oder eine Bitte, dass wir nicht parallel mit verschiedenen Personen quatschen. Weil man dann dem Ganzen wohl schwer folgen kann, wenn du jetzt mit jemandem redest und ich zeitgleich auch mit jemandem. Ah, okay. Sonst hätte ich nämlich gerade mal deine alte Bezirz, die hier am Motorrad, äh, deine Frau, die hier am Motorrad steht. Aber du bist ja am Basteln gerade, dann kann ich ja eigentlich. Na, guck mal hier, Ferry. Uh. Alex, Host, oder was steht da? Ah, nee, House. Ah, okay, ich bin jetzt uninteressant. Ah, du denn, Eddie. Also wenn da gleich ein Dartfeil durchs Bild fliegt, fliegt bei euch. Oh, guck mal, guck mal. Ach, ist das süß. Habt ihr euch wieder lieb. So ein Dartfeil durchs Bild. Ich liebe dich so viel. Oder wenn ich da gleich mit einer Flasche Bier durchtauke. Rotze voll. Oh, er will mit dir Basketball spielen. Das ist wirklich dein Sohn. Das muss mein Sohn sein. Aber ganz eindeutig. Willst du den Moops? Das könnte lustig sein, aber vielleicht sollten wir gehen. Oh, komm mal. Ich würde Körbe werfen. Naja, ich auch. Okay, Leute. Ein Spiel. Get ready to lose, Boy. Ich werde gewinnen. Ich habe übrigens gehört, dass wir schon so das ein oder andere Minigame verpasst haben. Man hätte im Knast auch zum Beispiel Liegestütze und sowas gegeneinander machen können. Are you guys ready? Oh, wir sind ready. Let's go. Oh, aber jetzt hier. Alles klar, dann. Oh, faul. Los. Los, hier. Kick ihn. Passen. Ah, rebound. Oh, hier. Du musst abgehen. Wir müssen aus dem Kreis raus. Hier wir gehen. Jo. Oh, wie habe ich den gekriegt? Wer spielt hier eigentlich gegen wen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich habe... Komm, ich stehe frei. Hier, alley-oop. Wie werfe ich denn? Ach, fuck. Sag mal, Mirko, hast du das schon mal gemacht? Nee. So, hier jetzt. Oh. Treffer. Gib dir T.A. Oh Gott, die Wurftechnik ist aber... Die Spitze. Wie sie passen. Hier, nimm, nimm. Bingel. Genau. Oh, und ich mach wieder hier. Er zieht dich mit ein. Jawoll. Und ich werfe immer. Aber passen müssen wir nur lernen, du Klolo. Ey, das geht ja gar nicht hier. Ja, da musst du in der Erziehung mal ein bisschen härter durchgreifen. So, Alleingang. Kann ich die Glocken... Oh, hast du das gesehen? Dunking. Das, obwohl der Korb auf gesatten zwei Metern hängt. Das finde ich aber auch mal hier. Oh, du Maschine, du Maschine. Man nennt mich auch den Sean-Camp des... Oh Mann, ich helfe ihm. Ich helfe ihm. Ja, mach das mal. Komm mal her. Und ich kriege jetzt... Ja, ich helfe ihm. 180. Das ist wirklich gut. Du denkst? Ja, du solltest mal ein Pro. Oh, Mama, guck zu. Ich werde gleich zurück. Ja, okay. Die freut das bestimmt, was du hier immer... Weil du rotzevoll Basketball spielst. Hey, beautiful. Hey. Schau dir, schau dir an das. Sie seien, ihr seien alles gut. Du bist. Aber ich muss bald gehen. Ja, ich weiß. Ich spiel mit deinem Sohnemann noch ein bisschen, wenn ihr da kürtet. Okay. Ach, bist du voll passend, ne? Komm, ich bin hier nicht immer alleine. Wo ist denn die Göre? Da. Äh, dein Sohnemann. Ich glaube, ich mach hier gleich was ganz anderes mit der. Nicht für lange. Oh. Okay. Läuft vorbei. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen spielen hier. Nicht, dass der Alex zu früh nach Hause kommt. Trink mal nur ein Bier mit dem Klee. Ich mach noch ein Dunking... Boah! So, wo ist der denn hier? Wie kann ich ihm vertrauen? Ah, Mist. Ich will ja mal mit X passen. Alex, hier geht's. So, nu. Oh, nee, da hat's aber noch nicht drauf hier. Ich erkenne hier keinen Naturtrag. Alex, hier geht's. Er wird nicht weg mit uns. Linda, hast du keine Ahnung, wo er ist? Ray? Was willst du mit dem Arschluss? Ich muss ihn finden. Ich bin sicher, dass er weiß, wo Harvey heisst. Hast du ihn seitdem gesehen? Ja. Ach, stimmt. Wir sollten ja Ray irgendwie finden, damit wir über ihn Harvey finden. Ach so. Wenn ich das noch richtig erinnere. Ich bin zurück. Ja, ich bin hier mehr so der Waffenknirch. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja hier wie bei Bonnie und Clyde ein bisschen, ne? Ja, ja. Sie hebt die Waffen für dich auf. Gute Frau. Hier geht's. Ja, und ich habe keine Waffe und meine Frau ist trotzdem sauer auf mich. Also irgendwas stimmt. Alles scheiße. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Jetzt musst du eigentlich gleich rausgehen, eine rauchen. Neiglich, ja. Hinterher soll man immer eine rauchen. Schau. Ich muss jetzt gehen. Oh, jetzt der harte Abschied. Ja, ich bin. Aber du schau dir jetzt an deine Mutter. Okay? Können wir noch ein anderes Spiel spielen? Nächste Mal, ich versuche. Jetzt komm, gib mir eine Hand. Okay, Junge. Geh dir jetzt an deine Mutter. Okay. Aber es ist schon cool, dass sie hier auch so eine Background-Story zu den Charakteren mit reinbringen, ne? Ja. Irgendwann haben wir ja auch irgendwie eine Bindung aufbauen und so, ne? Ja, genau. Ich dachte anfangs echt mehr, das wäre so ein relativ, ja, plattes Ausbruchsspiel quasi. Ja. Wo es gar nicht so viel um Story geht. Was ist denn jetzt, denn? In der Südien. Jetzt kommt der Grand Theft Auto ein paar. Genau. Boah, dass wir hier einfach so unbehelligt in der Stadt rumlatschen können, ohne dass die Cops hier nach uns ziehen? Ja. Also weit weg kann die Stadt ja von dem Gefängnis nicht sein. Oh, was denn du? Bluffen oder drungen? Ich droh mich. Ich war gleich bei Drohnen wieder. Da komm, da drohen wir. Okay. Komm, wir haben nicht mehr Zeit für das. Woah, woah, hey! Ich kenne die Cops. Du wirst was? Hey, relax. Keine Worte, ich habe das. Was ist dein Name? Was hast du für mein Name? Was ist dein Name? All right, es ist Larry. All right, Larry. Das ist wie es wird. Ich und mein Freund hier, wir gehen in da, wir sehen uns, dein Boss, Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait. Du bist ja nicht so der zifferliche Typ. Nö. Do I? Oh, okay then. I hate that guy. So, uh. You're welcome. Da passt's ja. Ja, da könnt ihr uns ja helfen. Oh, vielleicht hat er auch Schraubenschlüsse. It's easy, just ask him around. All right, Larry, thank you. Yeah, you're welcome. Oh Gott, einfach rumfragen. Dann sollten wir jetzt den Tipp wahrscheinlich beherzigen. Und nicht durcheinander labern. Ja. Mal gucken, erstmal, ob es überhaupt mal ein. Bauarbeiter hier finden. Ach, da oben drauf sind zum Beispiel zwei. Ich bin mir jetzt sicher, die machen alle Pause. Ja, wie das auf dem Bau so ist, ne? Nein, das war nicht. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich geh erst mal kacken. Echt jetzt? Oh mein Gott. Ist das auch ein Minispiel, wer den größeren Haufen macht? So, ich bin durch. Eigentlich müsste ich ja kacken können. Ich hab doch geraucht. Also da oben auf dem Gerüst sehe ich zwei Kollegen, aber ich komme da nicht rauf. Oder ich wüsste zumindest nicht wie. Also mit Räuberleiter oder so, so einen Hotspot sehe ich hier auch nicht. Okay. Trau ich mich nach dir auf die Toilette? Hau rein! Oh nein. Ne, 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 ne. Das wird, glaube ich, zu übel. Ja, aber was machen wir denn hier? Kann ich da hochklettern? Äh, man kann hier bloß mit dem Scheißhaus interagieren. Ja, aber das kann's ja nicht sein, dass wir jetzt hier beide so lange kacken, bis der Ray kommt. Sollen wir zusammen aufs Klo, oder was? Also ich geh jetzt einfach auch mal. Warte, ich komm mit. Ich hoffe, du hast wenig mal einen Moment mal bei Brausten. Ich kann nicht, wenn du da stehst. Blöd. Das ist nicht mal ein Comic hier auf dem Klo. Ist der da bei dir von alleine rausgekommen, oder hast du auf Abbrechen gedrückt? Ich hab auf Abbrechen gemacht. Sag mal, Moko, sind wir hier gerade ein bisschen zu blöd? Aber man soll... Ach, hier geht's weiter. Meine Güte. Jetzt hab ich auch beim Kacken abgebrochen. Das soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Aber naja, ähm... Ne, es ist ungesund. Ja. So, jetzt muss ich mal... Oh, ich... Ich frag mal den Ersten. Ja, ich versuche... Zu dem ich nicht hinkomme. Ich versuche in der Zeit mal den Steg zu finden. Ach, hier. Hier steht immer. Mit dem Presslufthammer. Woll. Darf ich mal? Hey! Der Baumeister. Was? Ich kann dich nicht hören. Ich schaue deinen Boss. Mein Was? Ach, da ist das. Dein Boss. Wisst ihr, wo er ist? Was? Was? Das ist ja ein total sinniges Gespräch. Also hier steht noch eine Gruppe von Arbeitern, aber da kommen wir nicht ran. Jetzt kann ich nicht nochmal mit dem reden, ey. Ich werd bekloppt, ey. Vielleicht kannst du nochmal mit dem reden. Ich geh jetzt einfach mal zu dem, der hier an der Palette lehnt. Und redet mit dem. In der Zeit kannst du ja schon mal gucken, ob du jemanden anders findest, den du quatschen könntest. Äh. Oh. Oh, ich hab hier einen etwas älteren Bauarbeiter. Der meint, er ist schon ein Knippel. Heben sie aus den Knien. Oh Gott, jetzt wird hier so ein Berufsgenossenschaftsgespräch draus. Ja, sie müssen in die Knie gehen, sonst fliegen. Was? Die Bandscheiben raus. Der Arme. Das ist ja hier wie Doktorensprechstuhl. Also mit der konnten wir auch nicht weiterhelfen. Jetzt hör ich mal den hier. Der sieht wichtig aus. Das ist glaube ich ein Vorarbeiter. Das ist ein Mikro. Das ist ein Mikrodachstuhlkind. Mit einem Balki-Talki. Eigentlich musst du nur einen weißen Helm suchen. Achso, das sind immer die, die was zu sagen haben. Ja, was ist das? Ah, hier steht auch ein Typ. Okay. Hier geht's. Try it now. Was macht ihr denn da? Ich hab's walkie-talkie ganz gemacht. Hey, anybody? Over? We're still not working. Geht immer noch nicht. Okay, ich rede mal mit den Kollegen hier. Okay, der hat Ray heute noch nicht gesehen, erzählt er mir gerade. Haben sie da oben gesehen? Wann haben sie ihn zuletzt gesehen, frage ich mal. So, wann war es die letzte Mal, dass du ihn dann gesehen hast? Hör, ich bin nicht lachen. Ich habe ihn nicht gesehen. Sorry. Okay, er sagt einfach, dass er ihn nicht gesehen hat. Oh, wir können Arm drücken. Nein! Echt jetzt? Oh, das ist bestimmt so eine Tippel-Weltmeisterschaft. Wo bist du denn? Okay, warum nicht? Gute Wahl. Komm mal her, hier, Inge. Haha, so Ingo. Oh, jetzt. An an die Kabeltrommel. Aber wie geht denn das? Oh, das weiß ich doch nicht. Two, one. Oh, komm, gib auf. Du packst das eh nicht. Komm, gib auf. Gib auf. Gib auf. Oh, mein Pferd. Du kannst doch nicht mehr, oder? Kannst du noch lang? Oh, scheiße. Gib auf. Nein, die meins. Oh, scheiße. Hier haben wir lachen. 180. Das ist mies. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr. Einer muss jetzt. Einer muss jetzt. Komm, du darfst gewinnen. Oh, scheiße. Hier, Eiermaler. Alter. Jetzt tut mir der Finger weh. Es ging um Weh. So ganz nebensächlich. Aber man kann hier in diesen Pfahlaufzug rein. Der Ortsfremde hier wollte dir nicht helfen. Nee, nee. Nee. Okay. Aber hier in diesen Aufzug. Komm mal. Oh, danke, man. Kann ich da jetzt nicht fahren? Ja. Und los. Schade, dass ich jetzt nicht so ein Big Ben-Joypad hätte hier mit Dauerfeuer wie früher, diese alten Joypads. Oh, das ist Ray. Das ist Ray. Bestimmt. Mit diesem markanten Sisi-Top-Bart, hätte ich fast gesagt hier. Mutter-Head-Bart. Halko? Halko, genau. Ja, ich sehe ja. Was wollen wir wetten, dass der gleich stiften geht? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Oh Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Okay, jetzt teilen wir uns auf. Ah, okay. Ich bin eben auf dem Fersen und du versuchst, ihn den Weg abzuschneiden anscheinend. Äh, anscheinend. Also wir rennen hier Gerüste hoch. Und springen hier lustig. Okay, jetzt klettert er da eine Leiter hoch und ich komme da nicht hinterher. Pass mal auf jetzt, pass mal auf jetzt. Hä, wie komme ich denn da aus? Lass das mal dem Papa. Papa macht das gut. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch auf der richtigen Fährte bin, ehrlich gesagt. Ah doch, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Was machst du da? Problem. Ich habe Probleme. Oh, der ist hier durch irgendeine Tür durch. Ah, ich bin hier oben. Aber ich bin auch der Ältere von uns. Jetzt merkt man das. Jetzt habe ich gerade noch eine geraucht. Weil du gerucht hast du mich schon. Oh mein. Das ist ja jetzt blöd. Oh, wir haben verkackt. Echt? Tatsache. Okay. Aber an welcher Stelle? Oh, ich muss schon wieder auf hier. Ich weiß es nicht. Ah, shit. Da ist der Eiermauer. Okay, da komme ich. Komm mal her. Ja, ja. Ich springe. Ich auch. Ach, du ahnst es nicht. Der macht aber ordentlich Zuges hier, ne? Na, der kennt seine Baustelle. Naja, weil eigentlich kennt er dich anscheinend und weiß, was du mit ihm vorhast. Willst du nicht Arm drücken gegen ihn? Oh. Ja. Okay. Was? Wo, 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 wo? Was? Wo muss ich denn jetzt hin? Also, ich sehe dich. Ciao, Animo! Ach, wir fahren jetzt beide mit dem Aufzug hoch. Aber ist der nicht runtergesprungen? Das Wettrennen der Fahrstüge. Okay. Okay. Jetzt hat er sich versteckt, wa? Hey, relax. Du holst die Knarre aus. Oh, okay. Easy, easy. Zeit für eine Party. Whatever. Let's go. So. Okay. Wir müssen den jetzt finden. Okay, sollen wir uns aufteilen, oder? Äh, ja, würde ich sagen, oder? Ich gehe mal hier direkt in diese Tür hier rein. Gut, dann gehe ich hier mal hoch. So. Oh Gott. Ach, du arzt es nicht. Ich hoffe, ich habe keine Höhenangst. Hier ist nichts, Mirko. Also, ich bin hier auf so einem schmalen Sims unterwegs. Ich komme mal mit. Alter. Hm. Äh, das ist hoch. Okay, also hier sehe ich ihn aber auch nicht. Da kann er ja eigentlich nur da durchgerannt sein. Wir finden den. Oh, jetzt kommt eine Cutscene bei mir hier. Oh, das ist gut. Wir sind drei Toiletten. Er ist wahrscheinlich in der woanders zu. Eine ist zu. Na, vielleicht ist er auch kacken. Hey! Oh, oh. Nee. Okay, Scusi. Weiter kacken. Aber der hatte eine Zeitung. Ja. Die hätte ich gerne unten gehabt. Ja. So. Was kann man hier machen? Ey, gucke mal. Das ist doch... Da gab es auch so ein Bild von diesen Bauarbeitern. Stimmt, dieses legendäre Bild in New York vom 1912 oder so, ne? Ja, hier ist auch mal ein bisschen Kultur geboten. Ja, nicht schlecht. Gucke mal, ne? Wer weiß, ob wir es nicht noch bis zum Eiffelturm schaffen. Oh, warte mal. Hier, was ist hier los? Ja. Was ist denn hier los? Na, ist er vielleicht dahinter? Nee. Hier hast du wieder Bier, du alter Alki. Nee, jetzt nicht. Jetzt bin ich voll auf Missionen getrimmt. Hier ist noch ein... Jetzt bist du im Dienst. Noch ein Container? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Alter! Er ist hier! Kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat er die Tür abgeschlossen. Was machen wir denn jetzt? Kann man die hier aufbrechen? Na ja, klar, komm. Müssen wir zeitgleich? Okay. Drei, zwei, eins. Jawohl. Na ja, gucke. Ah, da ist er, der durch. Der kippt bestimmt genau die Leiter weg. Dann müssen wir den Kran benutzen, garantiert. Soll ich an den Kran? Ja, hau rein. Ich gehe da hin und du hangelst dich dann da fest. Ich warte. Kann ich den bedienen? Ja. Lass den Hobel mal runter. Wie funktioniert denn das? Achso. Sag mal, ich denke, du hast einen Werger. Ist das zu tief? Nee, du kannst doch schon rauf. Passt schon, passt schon. Und los. Und hoch. So, jetzt ist die Frage. Schwenken tue ich bestimmt so. Eine Kranfahrt, die ist lustig. Eine Kranfahrt, die ist schön. Jetzt muss ich hier auf den Kran drücken, oder was? Ja, ich kann jetzt, glaube ich, nicht hinterher. Es sei denn, ich finde hier noch... Oh. Oh, warum muss ich immer tippen? Weil du es drauf hast. Du hast auch das andere umgegangen. Du sollst hier den Weg abschneiden mit dem Kran, Mirko. Tu Dinge. Ich weiß nicht, wie du... Ach du Scheiße, ist das richtig, was ich hier mache? Ich bin da irgendwo spektakulär so... ...dustbildesmäßig runtergejumpt. Und renne jetzt planlos. Hä? Ach, das ist hier. Ich stirbe langsam. Ach, ich sehe ihn da hinten auf dem Kran laufen. Ja, das ist schön. Und jetzt kommst du da hinterher. Also, er ist auf der Kiste. Solltest du ihm nicht mit dem Kran, irgendwie? Ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt hier, wo er mit der Kiste ankommt. Oh Gott, Mirko. Was kann ich denn jetzt? Du musst da drauf, du musst da drauf, du musst da drauf. Oh, das war... Das war gekonnt, ne? Vom Timing her, genau so wollen wir das haben. Was muss ich denn jetzt hier drücken? Leo, hilf mir! Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Es gibt dir doch mal Mühe. Ja, ich mach das schon. Oh, nee, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich mach's nicht mehr lang. Das passiert jetzt nicht, Mirko, oder? Das passiert jetzt hier nicht mit dir. Oh, oh. Was bin ich eigentlich für ein Lappen? Wo bist du denn? Ich kann hier auch nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Was machst du da? Ich komme, ich komme. Nicht unter der Kiste. Ich komme, ich komme. Wo ist er denn jetzt? Da drüben. Lass das mal den Papa machen. So, ich überhol mal den. War jetzt auch nicht so wichtig, ne? Jetzt haben wir ihn aber. Äh? Alter, der geht mir auf den Sack. Der geht mir auf den Sack. Kleiner Kackfuge, ne? Wuhu. Ups. Ja, und weiter. Ach, jetzt. Ich glaube, viel Dank. Coole Perspektive. Es war was anderes. So. Also jetzt rennt er aber nicht mehr weg, oder? Lass uns als erstes ihm die Beine brechen, dann rennt er nicht mehr so schnell. Ich bin für Zähne ziehen. Bist ja ein ganz harter. Er hat zu viel GTA gespielt. Und nun? Jetzt kommt bestimmt ein Verhör, oder? Jetzt hängt er bestimmt gleich Kopf runter irgendwo runter und wir fragen ihn Sachen. Nein. So. Du sagst mir, wo ist Harvey? F*** dich. Ich bin nicht zu dir Scheiße. F*** mich, ne? Ich glaube, wir müssen den echt foltern, ne? Oh, schau mal an das. Oh. Ein Gängste. Ich weiß es nicht. Also was mich immer noch so ein bisschen irritiert, ist, dass das Spiel ja am 18 ist, ne? Wer weiß, was da jetzt noch so kommt. Hey, Vincent. Äh? Ich weiß nicht, was du hier ist, aber ich sehe viele verschiedene Dinge hier, die diesen Mann sprechen können. Was sagst du? Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder abstimmen, wie wir ihn zum Reden bringen. Oh Gott. Achso, ne, doch nicht. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen. Hier ist Cut. Meinst du? Ja. Haben wir schon eine halbe Stunde? Ja. Ja, okay, dann machen wir hier Cut dann. Ray ist nächstes Mal Mode, würde ich mal sagen, Leute. Definitiv. Also bleibt auf jeden Fall am Start. Dann in der, was ist das dann? Die achte Ausgabe. Richtig. Wo Ray, dann quasi, naja. Wofür Ray auseinander sehen. Ich bin gespannt, Leute. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Richtig cool, wie ihr hier mit am Start seid. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.